Unregelmäßig können wir inzwischen auf Lateinisch schon ausdrücken, was wir sind und was wir können. Heute wollen wir uns anschauen, wie man unregelmäßig auf Lateinisch ausdrückt, was wir wollen, nicht wollen und lieber wollen. Es geht um die unregelmäßigen Verben Welle, Nolle und Malle. Viel Spaß beim Video! Am Anfang, wie immer, die kurze Wiederholung. Wir sind schon Meister im Konjugieren der Verben der A-, E- und I-Konjugation. Haben uns schon mit den Verben der konsonantischen Konjugation auseinandergesetzt und die Verben der konsonantischen Konjugation mit I-Erweiterung kennengelernt. Und wie bereits erwähnt, wissen über die unregelmäßigen Verben esse und posse Bescheid. Die Letztere schauen wir uns noch einmal kurz an. Esse. Wir erinnern uns, eine Mischung aus dem Verb esse und dem Präfix pos, wenn ein es folgt, oder pot, wenn ein Vokal folgt. Possum, potes, potest, possumus, potestis, posunt. Jetzt gleich zum Neuen. Es gibt drei weitere unregelmäßige Verben im Lateinischen. Die lauten Welle, wollen, Nolle, nicht wollen und Malle, lieber wollen. Man sieht, sie ähneln sich. Das ist auch bei der Konjugation so. Aber irgendwie sind sie dann doch unregelmäßig. Kurz. Wir müssen sie gut lernen. Beginnen wir mit Welle. Wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, dass die Personenendungen, die bisher bekannten sind. O, S, T, muss, Tis, und wir erinnern uns an unsere Ente. Weiter geht's mit Nolle, nicht wollen. Nolo, ich will nicht. Non, wie's, du willst nicht. Non, wult, er, sie, es will nicht. Nolo muss, wir wollen nicht. Non, wultis, ihr wollt nicht. Nolund, sie wollen nicht. Wie negativ. Ein bisschen positiver wieder. Malle, lieber wollen. Malo, ich will lieber. Mavis, du willst lieber. Mawult, er, sie, es will lieber. Malomus, die Zeile wird eng. Wir wollen lieber. Mawultis, ihr wollt lieber. Mawultis, sie wollen lieber. Das war's auch schon. Kurz zusammengefasst. Welle, Nolle und Malle sind ziemlich unregelmäßig. Bitte genau lernen. Die Personenendungen sind aber schon bekannt und die gleichen wie bei den bisher gelernten regelmäßigen Werken. Wie immer gibt's dann ein Arbeitsblatt direkt unter dem Video. Wie immer, Latein macht glücklich. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lernen. Tschüss.